Der Superabsorber Zetovit Plus feiert seinen 15. Geburtstag. Dass Zetovit Plus Deutschlands Superabsorber Nummer 1 ist, verdanken wir nicht nur seinen Nutzeneffekten, sondern vor allem unseren Kundinnen und Kunden. In der direkten Zusammenarbeit haben sie das Produkt zu dem gemacht, was es heute ist. Was sie von einer modernen Wundauflage erwarten, erläutern uns die zwei Expertinnen Anja Kunz und Sabine Stefanovic sowie der Wundexperte Sebastian Kruschwitz. Sebastian Kruschwitz ist Pflegetherapeut im Berliner Zentrum für Beatmung und Intensivpflege und spezialisiert auf Wundmanagement. Herr Kruschwitz, die moderne Wundauflage Zetovit Plus feiert ihren 15. Geburtstag. Ja, lustig ist, dass ich 15 Jahre lang in der außerklinischen Beatmung und Intensivpflege arbeite. Also wir haben quasi beide Geburtstagen. Was glauben Sie, ist der Grund dafür, dass dieser Superabsorber in den letzten Jahren so erfolgreich war? Da ist den Eigenschaften der Wundauflage zuzusprechen, die dafür sorgt, dass wir ein sehr gutes Exodatmanagement haben. Und was glauben Sie, wie man die Wundheilung verbessern bzw. beschleunigen kann? Also welche Faktoren sind bei der Wundversorgung besonders wichtig? Die Wunde muss bei jedem Verbandswechsel gereinigt werden und nicht nur die Wunde, sondern auch der Wundrand und die Wundumgebung muss gereinigt werden. Es muss für den Wundrandschutz gesorgt werden und die Wundauflage sollte in der Lage sein, ein hohes Exodataufkommen zu handeln bzw. dafür zu sorgen, dass man nicht in kürzesten Intervallen die Verbandswechsel durchführen muss. Was erwarten Sie generell von einer modernen Wundauflage? Vor allem, wenn es bei der Wundversorgung um Effizienz geht. Also die Wundauflage sollte eine hohe Retention und Absorptionskapazität haben, um möglichst Verbandswechselintervalle auszudehnen. Sie sollte einen hohen Tragekomfort haben und den Patienten in seiner Lebensqualität positiv unterstützen. Anja Kunz ist Pflegetherapeutin und leitet im gemeinnützigen Pflegeverbund Strohgäu Glems in Gerlingen den Bereich Wundmanagement. Frau Kunz, was ist für Sie als Pflegetherapeutin und Wundexpertin Ihre Erwartung an eine moderne Wundauflage? Auf jeden Fall einfache Handhabung, sichere Anwendung, gutes Saugverhalten, gutes Retentionsverhalten und schmerzarmer Verbandwechsel. Und der Tragekomfort muss für den Patienten einfach sehr angenehm sein. Sabine Stefanovic ist medizinische Fachangestellte und Wundexpertin im Allgemeinärztlichen Gesundheitszentrum von Carlsfeld. Frau Stefanovic, was erwarten Sie als medizinische Fachangestellte von modernen Wundauflagen? Dass sie komfortabel sind, dass sie nicht so oft den Verbandswechsel haben, die Patienten, und dass sie gut saugen die Wundauflagen. Herr Kruschwitz, wie unterstützt Sie Zetovid Plus in der außerklinischen Intensivpflege? Zetovid Plus unterstützt mich in der außerklinischen Beatmungs- und Intensivpflege dahingehend bei großen Dekovital-Ulzerationen, in der Regel beim Ossakrum oder am Ossakrum, aufgrund der hohen Retention und Absorptionskapazität, um hier möglichst lange Verbandswechselintervalle zu gewährleisten. Frau Kunz, welchen praktischen Nutzen bietet Zetovid Plus für Sie und Ihre Patienten und Patientinnen? Wir arbeiten auf jeden Fall produktiver durch den Einsatz der Produkte, da wir unsere Verbandswechselintervalle beim Patienten reduzieren können und dem Patienten somit auch mehr Lebensqualität bieten können. Wie unterscheiden sich die Wundauflagen Zetovid Plus, Zetovid Plus Silikone und Zetovid Plus Silikone Border von anderen Wundauflagen wie zum Beispiel Schaumverbänden? Auf jeden Fall durch wesentlich höhere Saug-Eigenschaften und Retentionsverhalten, das heißt, die Wundauflage hält das Exudat auch fest, auch unter Druck lässt es sich sehr gut anwenden. Außerdem sind vor allem die Silikonauflagen sehr schmerzarm zu wechseln. Außerdem muss der Patient sich keine Sorgen machen, dass Feuchtigkeit oder Gerüche nach außen bringen, da das Saugverhalten der Wundauflagen extrem hoch und gut ist. Noch eine Frage an Sie, Frau Kunz. Lassen sich durch den Einsatz solcher Wundauflagen die Prozesse in Ihrer Praxis optimieren? Arbeiten Sie damit produktiver? Wir können auf jeden Fall die Verbandswechselintervalle reduzieren und somit auch die Hausbesuche reduzieren und dem Patienten auch mehr Freiheit geben, in seinem persönlichen Umfeld nicht so angewiesen zu sein auf die Zeiten, die der Pflegedienst braucht und die der Pflegedienst bei ihm zu Hause verbringt. Inwiefern macht der Superabsorber Zetovid Plus die Arbeit in Ihrer Praxis und das Leben der Patientinnen und Patienten einfacher und bequemer? Mit Zetovid Plus kann man den Alltag optimieren in der Praxis, indem man weniger Verbandswechsel hat und indem die Patienten nicht so oft kommen müssen, da die Kompresse sehr gut saugt. Außerdem muss er keine Angst haben, dass Feuchtigkeit nach außen dringt, dass man sieht, dass ein Geruch auftritt, dass die Feuchtigkeit zu sehen ist, was dem Patienten Lebensqualität gibt. Welchen emotionalen Benefit hat das Produkt für Sie? Ich kann immer beruhigt sein, dass ich meinen Patienten in einem gut versorgten Zustand zu Hause zurücklasse und auch ihm den Komfort bieten kann, diesen Verbandwechsel schmerzarm durchzuführen. Frau Stefanovic, was macht es mit Ihnen, wenn es Ihren Patienten mit Zetovid Plus gut geht? Meine Patienten sind zufrieden mit Zetovid Plus, da sie am Alltag wieder teilnehmen können, da sie nicht so oft zum Verbandswechsel kommen müssen und deswegen sind wir alle zufrieden. Seit 15 Jahren ist Zetovid Plus näher dran und begeistert unsere Kundinnen und Kunden mit den richtigen Vorteilen. Mit überzeugender Leistung bei Absorption und Retention, mit hoher Patientenzufriedenheit und mit der Ersparnis von Zeit und Geld. Zetovid Plus – Exodatmanagement für mehr Lebensqualität.